Acer hat bereits vor mehreren Monaten seine Windows 10 Hoffnungsträger vorgestellt und nachdem wir das Gerät erhalten haben, war natürlich sofort auch das Upgrade auf Microsoft Windows 10 fällig. Ich hatte aufgrund eines Problems mit dem Betriebssystem, wo an Microsoft und nicht Acer schuld ist, die Ehre, das Gerät gleich zu Beginn der Testphase neu aufsetzen zu dürfen und habe daher ein komplett bloatverfreies System nutzen dürfen. Ansonsten beläht Acer ja seine Geräte ganz gern mit einigen notwendigen und zahlreichen weniger notwendigen Programmen, welche neben Festplattenspeicher auch die Performance beanspruchen. Windows 10 war rasch per USB-ONTG-Kabel installiert, denn der USB-Stick kann leider nicht per Tastatur-Doc gebootet werden und einen vollwertigen USB-Type-A-Anschluss hat das Tablet ja nicht. Darauf muss man ja auch erstmal kommen und weshalb dem so ist, kann ich mir absolut nicht erklären. Nach der Installation funktioniert ohne den Chipset-Treiber nicht einmal der Touchscreen, aber auch das lässt sich lösen. Das Betriebssystem läuft flüssig und erfüllt grundlegende Aufgaben ohne Probleme. Microsofts Edge-Browser startet selbst auf der günstigen Tablet-Hardware sehr schnell, auch leichte Programme sind durchaus lauffähig. So kann man als Schüler durchaus all seine Arbeiten damit erledigen. Allzu viel sollte man sich aber dennoch nicht erwarten. Große Photoshop- oder Entwicklerprojekte sollte man damit nicht in Angriff nehmen. Für solche Aufgaben wird einem wohl auch das 10-Zoll-Display zu klein sein, welches uns weder enttäuschen noch großartig begeistern konnte. Die Farbdarstellung ist ein wenig verwaschen, allerdings insgesamt in Ordnung. Dafür konnte das IPS-Panel mit einer soliden Blickwinkelstabilität begeistern. Die Helligkeit ist zumindest ausreichend, um es draußen im Schatten bedienen zu können. Das Display ist also in jeder Hinsicht durchschnittlich. Beim Akku verspricht Acer eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden und damit überraschenderweise nicht zu viel. Bei maximaler Displayhelligkeit kommt das Gerät bei einfacher Nutzung auf rund 5-6 Stunden, stellt man die Helligkeit auf 40% zurück, erreicht man etwa die 10-Stunden-Marke. Kommen wir nun zu den Schwächen des Geräts, welche hauptsächlich im Design zu finden sind. Die Idee aus einem Tablet ein Notebook zu machen ist definitiv nicht neu. Und Acer hat beim ersten Switch 10 bereits bewiesen, dass sie auch durchaus erfolgreich sein kann. Beim Switch 10e machen allerdings einige Fehlentscheidungen, dieses ansonsten sehr gute Konzept zu einem Kompromiss. Zum einen ist die Tablet-Einheit aufgrund der darin verbauten Hardware wesentlich schwerer als das Tastatur-Dock, wodurch das Gerät bei einem steileren Neigungswinkel oftmals nach hinten kippt. Vor allem bei der Bedienung im Schoß muss man seine Hände stets auf der Tastatur liegen lassen, um es zu stabilisieren. Zum anderen hat Acer bei der Materialwahl für die Rückseite einen ordentlichen Fehlgriff gemacht. Die Abdeckung hinten ist nämlich rau und besitzt eine gerillte Textur. Während das zwar gut aussieht, fühlt sich das Polycarbonat in der Hand immer ein wenig unangenehm glitschig an. Was für mich selbst anfangs sehr subjektiv klang, wurde mir von mehreren anderen Nutzern bestätigt. Ansonsten war die Verarbeitung ganz gut und auch vom Aussehen konnte Acer's Tablet überzeugen. Das Switch 10e kann überraschend viel für ein so kleines Gerät. Allerdings machen genau die zuletzt genannten Fehlentscheidungen eine Kaufempfehlung schwierig. Andere Hersteller und man muss auch sagen Acer selbst bieten viel bessere Alternativen, allen voran Acer Switch 10 oder HP's neues Pavilion X2.